Always room for more? Relaxiert auf eurer Resistenz. Curious Mask. Was ist das hier? Wann mal können wir diese Maske? Wieso hat sie keinen... Einer hat... Wenn ich sie fallen lasse... Nein, wir lassen sie erst mal. Sonst haben wir hier, glaube ich, nichts, ne? Doch, hier ist noch eine Uhr. Einheizer. Äh... Zusätzlich Stichschaden bei brennenden Zielen. Okay. Ja, nehmen wir erst mal mit. Einer Schritt nach vorne. Hatte ich gesagt, wir wollten noch eine lange Rast machen. Irgendwie so. Wollen wir gucken erst mal hier weiter so ein bisschen. Ne, das nehmen wir jetzt nicht unbedingt mit. Ähm, wir könnten weiter nach oben mal gucken. Ach, ich glaube, hier ist nichts weiter. Ne. Alles so ein bisschen eingestürzt hat er schon. Und daher würde ich sagen, gehen wir einfach mal runter. Das ist sehr tief. Ähm... Wenn wir hier runterspringen würden... Ja, das würde ich... Ah, es gab, glaube ich, noch eins unten drunter... Wo wir, ähm, ein Schloss knacken konnten, ne? Im Prinzip hier. Hier waren wir schon. Weil, dann würde ich nochmal eins unten drunter gehen. Wobei, nee. Oder doch, gab es. Ja, ja, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal ganz entspannt. Eine Etage tiefer. Öffnen da das Schloss. Ähm, bevor wir, äh, irgendwie weitermachen. Ich muss mal gucken, wo wir hier... Ah, hier. So, jetzt hoffe ich bloß, dass alle ohne Probleme jetzt hier weiterkommen. Hier ist, äh, sehr gut. Und dann haben wir, denke ich, auch erstmal so ziemlich... Ja, fast alles erkundet. Ähm, außer auf dem Mittelsteg wollte ich dann noch. Nee, da wollte ich nicht so. Ja. Jetzt geh ich hier hoch, natürlich kann ich. Hier, diese Tür hier. Hm, Schloss knacken. Ah, eine 14. Müssen wir, brauchen wir dazu einen Bonus? Ich nehme mal vor, dass wir einen Bonus dazu. Au. Durch die ganzen Bonis habe ich es trotzdem noch irgendwie geschafft, trotz dessen, dass wir eine 4 haben, ey. Aber das ist nicht da, wo ich eigentlich... Nachtfallpests, das wäre was. Hm, das ist nicht unbedingt das, was ich mitnehmen würden würde. Aber hier muss ja eigentlich irgendwas... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Nee, das ist nicht da, wo ich eigentlich... Nee, das ist nicht da, wo ich eigentlich... 52, ei, 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 ei. Ich weiß zwar nicht so, ob es so gut ist, dass wir jetzt hier hochgehen, aber... Da könnten wir tatsächlich gleich mal das mit den Vampiren versuchen. Was kannst du lernen? Ja. Das, ähm... War doch schon mal, äh... Ja. Hat's ja vielleicht, brauche ich wahrscheinlich nicht, aber... Wow. Immun gegen Blutung, okay. Ja, hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen, was, äh, hier... Okay, Blitzresistenz und Heapresistenz. Okay, okay. Ähm... Zug beenden, dann brauchen wir bloß noch Shadowheart. Ähm, ich würde Will fast seine mal erhöhen. Ja, ich habe leider nur noch ein Stufe 3 Platz. Ja, dafür bräuchten wir Bewegungsrate. Hat die wir nicht haben. Okay. Wann mal steht da eigentlich auch... Bedroht an... Zustände, aber nicht... Was sie, wenn die angreifen... Was sie eventuell für Schaden austreien. Okay, Säureschaden. Das ist nicht gut. Aua, das tut weiii. Ähm... Wie schön, dass das halt auch so immer funktioniert, ne? Brauchen wir einen Heiltrank für dich? Weiß ich nicht. Ja, aber neun... Sind halt noch zwei Gegner. Ähm, kommen wir nehmen mal einen. Uh, kritischer Treffer. Wenn wir jetzt weggehen... Ja, komm, wir nehmen aber trotzdem noch mal einen Heiltrank. Ähm... Let's go. Hm... 31 von... Gedönsig. Ah, nee. Okay. 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 Ansonsten... Ich will den Zug beenden. Hm, 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 hm. Das hebe ich mir immer noch auf. Feuerresistenz stand ja nicht da, ne? War ja nur Blitz und Heap. Ja, ja, ja. Schade, dass es mich getroffen hat. Au... Warum eigentlich immer auf Will? Können wir darüber mal reden? So. Oh. Ähm... Ah, ich kann gar nicht mehr aufhören. Ja, gut. Wir haben eine Aktion, haben wir schon verbraucht. Ich will den Tatendrang jetzt allerdings nicht unbedingt nutzen. Äh, oh, ich habe mit ihm vergessen, den Zug zu verwenden. Aber gut, dass er soweit nach unten kommt. Äh, krass, was das für einen Unterschied macht, ne? Wenn du halt dunkle Sicht hast und wenn du keine dunkle Sicht hast. Der Unterschied ist halt schon heftig. So, einmal angreifen bitte. Und nochmal angreifen bitte. Aber das ist eigentlich nicht das, worum ich eigentlich nicht hinwollte. Aufheben. Stein. Was haben wir hier? Okay. Okay, aufheben. Mh, könnten wir Carla geben. Ja, und es ist eine schwere Truhe. Auch Pulverbomber? Ist denn eigentlich alles gut? Aber, prinzipiell ist es jetzt nicht so sonderlich das, wo ich hinwollte. Loser Stein. Aber was ist mit diesen losen Steinen da? Einfach schickt. Stellrüstung. Hackel. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ah, das ging nicht. Oh, okay. Super. Dann gucke ich mal hoch. Oder war das tatsächlich... Ja, ich glaube das... War... War das da? Ich sehe... Die Kamera ist halt gerade so ein bisschen... Blöd. Ja, das war da. Okay, das war hier. Okay. Oh, jo. Und... Was... Hat dieser Kerze? Wo ist denn diese Kerze hin? Zählt das als Alchemie? Ja, das zählt als... Alchemie, okay. Guck mal nochmal hier, ob wir hier hinten noch irgendwas haben. Äh, hier oder was? Oder worauf geklettert? Das wäre auch so... Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde... Da könnte man raufklettern halt. Beziehungsweise rauf springen vielleicht. Wenn... Unser Schar das mal eventuell... Aber... Will nicht. Ja, nun. Okidoki. Dann... Würde ich sagen, gehen wir mal wieder... Äh... Kameraführung ist ja teilweise echt... Schwierig. Ich glaube, bevor wir jetzt gleich... Irgendwie nochmal... Dann doch weiter... Äh... In die Tiefen gehen. Muss ich denn definitiv da nochmal... Eine lange Rast machen. Aber vorher... Hoffe ich, dass ich es nicht machen muss. Weil wir hier einfach diesen... Stieg da lang gehen. Ich frag mich immer noch... Ähm... Ob diese... Zwerge da... Ich nenne sie jetzt einfach mal Zwerge. Ähm... Da, die die... Äh... Getötet hatten. Aber wenn wir hier drauf springen... Mal... Mal kurz was zu testen. Wo bin ich nur... War das nur wegen Ambience gerade. Ich glaube, es war nur wegen Ambience, ne? Klang so aus, als ob... Als wir hier rüber gelaufen sind... Ähm... Als ob da denn... Ähm... Sich irgendwas irgendwo geöffnet hätte. Beziehungsweise geschlossen hätte. Kann aber auch nur Einbildung sein. Hier oben haben wir zwei Hebel. Was macht Hebel Nummer 1? Okay, Hebel Nummer 1 macht das nach oben. Dann ziehen wir das mal wieder runter. Und was macht Hebel Nummer 2? Okay. Okay. Ja, nun. Wann mal, dann... Teile ich die Gruppe doch nochmal auf. Wir müssten übrigens mit Kalach demnächst dann auch nochmal einen Schubaufschieg machen, weil ich werde Kalach definitiv wieder mitnehmen. Ich hatte Astharion jetzt eigentlich, wie gesagt, nur wegen den ganzen Schlössern mitgenommen, die es hier zu knacken galt. Irgendwie spiele ich halt mit Kalach gerade, ähm, in der Gruppe recht gern. So, jetzt heißt es trotzdem hier irgendwie auf den Mitte, den ich komme. Habt ihr jetzt eigentlich nur nochmal... ...aufgeteilt? Na, guck mal. Vielleicht sollte ich... Nein, das ist gut. ...ein Hoch auf den hohen Stärkewert. Ähm... Hm. Okay, okay, okay. Kann ich eigentlich... Ja, kann ich. Okay, wir... Lass mich laden. Oh, hier ist auch nochmal eine schwere Truhe, aber die ist... Was kann ich hier mit den... Hebeln machen? Ist gut. Der da? Jetzt sieht das nur ein bisschen höher. Prinzipiell. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das... Okay, ich gehe erst mal... Vielleicht können wir es noch gebrauchen, keine Ahnung. Okay. Die sollten wir definitiv entschärfen. Juhu. Ähm. Wir brauchen Astarion hier. Und ja, Astarion kommt halt hier auch nur so ganz, ganz knappes rüber. Wie gut, äh... Dass wir den... Dann muss ich aber nochmal runter. Hebel. So, damit sollte Astarion... Glaube ich, hoffe ich... Zumindest von da oben... Und... Würde das auch ohne dritt gehen? Zu hoch, okay. Dafür müsste ich den... Wahrscheinlich... Nicht wieder eins runterziehen, dann sollte es passen. Ja. Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel, ähm... Pfeilentschärfungs-Ferzeug haben. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, warum man hier... Ich würde erst mal das hier entschärfen. Hm, okay. Zum Glück haben wir so viele Pluswerte, ne? Okay. Vorsitzahlber das auch. Keine Ahnung warum, weswegen, weshalb. Aber hier bräuchten wir schon etwas hören, wo. Ja, hier müssen wir nochmal würfeln. Bitte, bitte, bitte. Oh, scheiße. Ah. Oh, je, je, je. Kritischer Fehlschlag. Oh Gott. Wir verbrauchen gerade unsere ganze Inspiration. Oh. 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 Ja. Dann. Aber für irgendwas muss die Inspiration ja gut sein, ne? Hm. Gefangenes Ping-Signal. Aber ich sehe kein Gefangenes Ping-Signal. On my way. So, hier brauchen wir zum Glück nur ne 10. Okay. Haben wir hier zufälligerweise... Ah, lass uns nicht gut. Bitte lass deine Wahrnehmung gut sein. Wonder if the gods are watching me. Watch how you go with the trap. Yeah. Oh. Something's off. Pure shadow. Around me. Inside me. Hm. Irgendwas... Mal, ich gehst mal weiter mit Tilanyl. Warum gibt es... Abgeschlossen, gefangen, lange am Schutt vorbei. Ja. Haben wir. Sind wir. Aber... Ähm... Wir können halt nur... Was haben wir denn noch? Beutel. Ah, da man eine Schlacke. Da hat ich die mal mitbekommen. Nicht viel für diese Schlacke. Schöne Speckles, doch. Aber sie glitzert schön. Wollen wir mal, was hast du hier noch? Ne Kerze. Kerze brauchen wir nicht. Du hier. Aber was mit diesen Dingen da oben ist, würde mich mal so interessieren. Was ist denn mit der Vase hier? Ja gut, dann würde ich mit Astarion zusammen mal in die andere Richtung gehen. Ich glaube, der hier würde nur ausschlagen, wenn man hier tatsächlich auch... Ja, hier... Guck mal, das ist auf der... Äh, 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 Astarion. Hier ist noch was, was du entschärfen musst. Und hier ist, denke ich mal... Weiter, immer, heiter. Oh, la, 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 la. Und hier ist, denke ich. jetzt ist die frage wie man ob man den auch wieder irgendwie deaktivieren könnte den mechanismus entschärfen prinzip her müssten wir da ist der gargäune der das steht ist halt die frage ob wir jetzt tatsächlich noch hier hin müssten ist aber noch eine truhe aber hier unten können wir auch runter so ist nicht wird mir das sage mal ob man ein abbrechen gut was haben wir hier unten sieht jetzt allerdings nicht so aus als ob hier irgendwie mechanismus wäre wo wir das ganze deaktivieren können oder so aber eine schwere truhe schade marmelade also ich habe eigentlich gehofft dass wir vielleicht irgendwo vielleicht noch mal so hat halt auch zu spät gesehen dann war ich schon rüber gelaufen hat feuerwelle benutzt ja 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 die frage ob wir da noch mal hinkommen was schlosskacke unmöglich bist du mich verarschen wenn sie auf und wenn sie gegrillt ja gut dann kommen wir da halt nicht rein also zumindest nicht von hier oder haben wir einfach doch die bis wegzeugt haben wir noch aber schlosskacke unmöglich also sprich ja wir hätten wahrscheinlich einfach da ist jetzt halt auch kein mechanismus irgendwie oder hebel das ganze hat irgendwie beendet leider 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 natürlich ein bisschen schade was du bist du wirst du wanken sailor juhu ja freundin haben wir nur ein sind wir nur einmal drüber gelatscht und sämtliche fallen sind halt aktiviert was wir mal machen wir gehen jetzt mal ins lager zurück und machen eine lange rast yes weil wir haben alles aufgebraucht wieder mal ich glaube niemand will quatschen dann würde ich allerdings noch astarions zeug zu will rüber schieben das kann gerne da bleiben ähm ich würde gerne noch ein bisschen drei genau die vielleicht mal hier in unsere box da haben wir ja schon ja die 24 mehr wenige machen uns jetzt nicht arm genauso die können wir mal ins lager senden ja der rest ist eigentlich lagerregal erstmal dann würde ich nämlich astarion wieder sagen äh bitte bleib im lager wie laser hier einfach noch rumliegen hallo äh ach wirst du besser ja ist ja 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 und wir nehmen wieder wenn ich sie denn mal fühle den haben wir unten shadow heart ah hier ist sie ähm los wir brechen auf das heißt aber auch ich muss mit ihr noch einen stufenaufstieg machen ganz 50 ähm extra angriff das ist gut und schnelle bewegungen von drei meter erhöht das ist nice äh und erbe von ervernus brand magnes niederstrecken ähm markiere dein ziel möglicherweise mit licht so dass es nicht unsichtbar werden kann das ist cool aber es ist aktion und bonus aktion ja ja nice so aber ich glaube es wäre auch keiner mit uns reden so wie ich das gesehen habe verkaufen brauchen wir glaube ich gerade auch nicht so wirklich was oder ja wir hätten prinzipiell so ein bisschen was was wir verkaufen könnten das würde ich behalten ähm die adamant schlacke weiß ich noch nicht ob wir das brauchen dunkler ring ja das ist eigentlich so das einzigste was wir verkaufen könnten aktuell wenn ich mal zu will rüber sehr auch mal ganz cool hätte volo noch irgendwie ähm heilfläschchen guten tag ja 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 lasst uns mal handeln ich bin mal her damit jetzt so du hat diebesweckzeug aber diebesweckzeug brauche ich noch an oder wo ich gerade nicht so ich nehme mal zwei mit so weg gehen ok dann schlaf mir mal ok 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 ok